Hallo, hier bin ich wieder. Ich möchte heute noch euch ein bisschen über das Thema des Selbstschutzes erzählen. Auch damals habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Der Magische Ring. Praxisbuch für den energetischen Selbstschutz. Was ist denn der energetische Selbstschutz? Wir alle haben eine Aura. Diese Aura schützt uns vor Umwelteinflüssen, vor ganz, ganz vielem. Zum Beispiel ein Säugling, der frisch auf die Welt kommt, der hat keine geschlossene Aura. Der muss von uns beschützt werden, damit nicht zu viele Außensituationen auf ihn eindringen können. Sind wir aber dann älter und gestärkt und fühlen uns gut, dann ist unsere Aura auch stark und kräftig. Sind wir geschwächt, dann kann es uns passieren, dass wir jede Kleinigkeit mitbekommen, dass wir uns schmutzig fühlen, dass wir uns überhaupt gar nicht frei fühlen. Wir kennen das alle als Beispiel. Wir gehen in die Stadt, relativ geöffnet, unterhalten uns vielleicht auch mit einer Freundin. Und irgendwann haben wir das Gefühl, wir kleben. Wir kleben auch. Unsere Aura klebt. Sie ist eigentlich, ich sag mal, wie geschmutzt. Deswegen gehen wir auch duschen. Also nicht nur wegen unserem Körper und der Heiligkeit, sondern wir reinigen auch unsere Aura mit. Wenn wir zum Beispiel traurig sind, dann senken wir meistens den Blick und unsere Aura zieht sich alles zu. Wir spüren das. Wir spüren, wenn jemand traurig ist. Wir merken das. Wir lesen es von der Aura ab. Wenn jemand fröhlich ist und viel lacht durch das Vibrieren des Lattens, wird auch alles von der Aura weggeschüttelt. Wir sind frei, wir sind locker, wir sind fröhlich, wir sind beschwingt. Wenn ich ein wichtiges Gespräch habe, wo ich nicht weiß, wo mein Gegenüber mir gegenüber trägt, will oder wird, aber irgendwas von mir will, was ich vielleicht gar nicht geben will, dann muss ich mich stärken. Ich muss mir das bewusst werden. Ich muss gucken, wie ich damit umgehe. Und wenn ich mir den Befehl gebe, dass meine Aura gestärkt ist, dass ich geschützt bin, dann zieht die Aura sich zusammen und dann erreicht man mich nicht so schnell. Andersrum, wenn ich mit meinem Herzpartner in Liebe schwelge. Wenn ich mit den Zärtlichkeiten ausrausche, dann öffnet sich meine Aura und ich lasse Gefühle zu und verbinde mich mit meinem Gegenüber. Bis hin zum, naja, wie man das möchte. Wir selber haben alle Möglichkeiten, aber wichtig ist, dass wir lernen, uns zu schließen und uns zu öffnen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich mit meinem Partner zusammen bin, dann öffne ich mich, weil ich die Energien des anderen wahrnehmen will. Ich möchte einen Energietransfer. Aber dann, nach dem Energietransfer, muss ich wieder auf meinen Platz gehen und mich auch wieder schließen und reinigen. Sonst bleibe ich immer offen. Es gibt viele Menschen, die bleiben offen. Dann haben sie immer den Sehnsucht nach dem Partner. Eine wahnsinnige Sehnsucht und auch eine Verlustangst. Der Partner ist zum Beispiel auf der Arbeit und die Partnerin fühlt sich ausgelaunt. Sie weiß nicht, wie sie abschalten kann. Sie klopft permanent bei ihm an und fragt an, Hey, bist du noch da? Und er sagt, ja, aber ich bin gerade im Meeting. Ich kann jetzt nicht an dich denken, weil ich habe hier jemanden gegenüber sitzen, der verlangt von mir eine härtere Disziplin. Der verlangt von mir klare Worte. Der möchte, dass ich mich auf meine Arbeitssituation konzentriere. Privat ist privat. Geschäft ist Geschäft. Das wissen wir alle. Und je nachdem, wie wir uns einstellen, dementsprechend treten wir auch auf. Wollen wir etwas präsentieren, dann ist wichtig, dass unsere Aura strahlt. Wollen wir nicht gesehen werden, dann ist es wichtig, dass wir uns zurückziehen. Und es wird passieren. Wir können spielerisch damit umgehen, wir können es trainieren. Oftmals ist ein Automatismus, wie unsere Aura reagiert. Ob wir geöffnet sind oder geschlossen sind, ob wir uns im Schutz befinden oder uns hilflos ausgeliefert fühlen. Es liegt alleine an uns. Wir können uns programmieren, wir können uns trainieren, wir können uns schulen, wir können alles tun, was wir wollen. Aber es liegt an uns. Wichtig ist, dass wir bewusst sind. Und je bewusster wir sind, je klarer wir sind, desto deutlicher werden wir uns wahrnehmen und spüren. Und darum geht es. Wenn ich zu einem Vorstellungsgespräch gehe, dann ziehe ich mich dementsprechend an, ich bereite mich darauf vor. Und natürlich wird mein Gegenüber, wenn er gut ist, versuchen, mich aus der Reserve zu locken, um zu gucken, wie weit ich belastbar bin. Und darauf stelle ich mich ein. Ich kann nur gewinnen. Oder verlieren. Wenn ich aber schon mit dem Gefühl der Angst hinkriege, habe ich schon verloren. Es geht um das Spiel des Lebens. Und das Spiel des Lebens heißt, zu spielen. Und sich mit allem auseinandersetzen, was da ist. Sich zu trauen. Und Spaß dabei zu haben. Und wie gesagt, unsere Aura ist unserer Hürde, die uns hilft. Also nutzen wir sie doch, wie sie nutzbar ist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald. Bis bald.